Ja, ich bin hier gerade am Bessern der Tannenbäume, wie du hier erkennen kannst, und da sieht es ganz aus. So, damit sie da entsprechend wieder genügend Fäustigkeit fügen, entsprechend hier festhalten bei diesem herrlichen Wetter hier im O-Bassel-Diet. Man kann hier sehr schön das Ganze sehen. Herrlich. Und hier gibt es natürlich etliche von kleinere Tannenbäume, die erst dieses Jahr gesetzt wurden, zu den größeren, die etwas älter sind, und natürlich zu denjenigen, die schon in diesem Winter dann auch im Winterkauf gehen können, um natürlich letztendlich aus diesem Geld zu verdienen zu können. Aber das ist natürlich sehr schnell begrenzt, und aus diesem Grund braucht es da eine gewisse Vorlaufzeit. Und diese, ja, das ist die Arbeit, die von außen nicht gesehen ist, sondern die wird einfach gemacht. Und dann, wenn es bald ist, ja, dann sieht man diese Blumen noch, die Weihnachtsbäume, und die Arbeit, die man gehabt hatte, mit der Pflege, mit der Gießen, wegen der Trockenheit, diese sieht man dann entsprechend nicht. Das ist natürlich sehr schade, weil die seine Pflanze wächst. Das braucht einfach seine Zeit. Und damit, wo es sehr trocken ist, ist es entsprechend auch notwendig, dass man da frühzeitig, ja, notwendige Pflegemaßnahmen ergreift, dass diese dann auch waschen können, weil es gibt doch etliche, die sind Leiter, das kann ich eines zeigen, und zwar dieses hier, das ist Leiter, Leiter, hier, ja, nicht mehr, und wegen schlechter, mangelnder Pflegemaßnahmen sind solche dann entsprechend, ja, nicht mehr im Geschäft. Gut, vielen Dank, und dann habe ich da noch ein bisschen zu tun. Bis zum nächsten Mal.